Chuck Norris kann rückwärts Brustschwimmen. Chuck Norris kann sich bei Subway ein Sandwich holen, ohne auch nur eine einzige Frage beantworten zu müssen. Chuck Norris kann anonyme Anrufe auf dem Handy zurückrufen. Als eine Fee Chuck Norris einmal einen Wunsch erfüllen wollte, sagte er nur, wenn ich du wäre, würde ich mir wünschen, ich wäre Chuck Norris. Chuck Norris war auf mehr Ed Sheeran-Konzerten als Ed Sheeran. Der Airbag des Wagens von Chuck Norris schützt nicht ihn vor der kinetischen Energie des Aufpralls, sondern den Wagen vor der Energie seines Kopfes. Chuck Norris kann eine leere Cola-Dose schütteln, bis sie spritzt. CNN steht eigentlich für Chuck Norris News. Chuck Norris bekommt bei McDonalds immer Messer und Gabel. Das Marmeladentoast von Chuck Norris fällt immer auf die unbestrichene Seite. Als kleines Kind ist Obelix in den Morgenurin von Chuck Norris gefallen. Chuck Norris ist so cool, er kann auf einer Flöte scratchen. Chuck Norris geht nicht in die Kirche, Rockstars sehen sich ja auch nicht ihre eigenen Konzerte an. Chuck Norris kann mit nur einem Würfel einen Pasch würfeln. Chuck Norris hat den Duden durchgelesen und dabei zwölf Rechtschreibfehler und fünf Kommasetzungsfehler gefunden. Chuck Norris kann auf einer Herdplatte Wasser zu Eis kochen. Chuck Norris hat in seinen Ü-Eiern immer zwei Figuren. Chuck Norris braucht keinen Wecker, die Zeit wartet, bis er wach ist. Chuck Norris kann in runden Räumen in die Ecke kacken. Chuck Norris kann einen Handstand freihändig machen. Chuck Norris kann Chips geräuschlos essen. Chuck Norris kann ProSieben ohne Werbeunterbrechung schauen. Chuck Norris kriegt bei McDonalds Burger die mit denen auf den Fotos identisch sind. Chuck Norris kann böse sein, ohne dass es der Weihnachtsmann weiß. Chuck Norris kann eine Bombe zerlegen, und zwar in einen Kaugummi, einen Faden, ein Streichholz und MacGyver. Chuck Norris wird immer Mitarbeiter des Monats, jede Woche. Chuck Norris beantwortet rhetorische Fragen. Wäre Chuck Norris Passagier auf der Titanic gewesen, wäre nicht das Schiff gesunken, sondern der Eisberg. Chuck Norris trinkt seinen Glühwein kalt. Alles Leben kommt aus dem Wasser, das Wasser kommt aus Chuck Norris. Chuck Norris kann fünf Äpfel von drei Bananen subtrahieren. Chuck Norris ist mega schnell, wenn er das Licht ausschaltet, ist er im Bett, bevor der Raum dunkel ist. Chuck Norris trinkt immer mit Strohhalm, denn wenn er ein Glas greifen wollte, müsste er seine Faust öffnen. Chuck Norris kann mit geschlossenem Mund kotzen. Chuck Norris spielt Zelda auf der Playstation, schon immer. Chuck Norris braucht keinen Fahrradhelm, wenn er stürzt, bricht die Erdkruste. Einmal fielen die Server von Wikipedia komplett aus, es gelang aber durch ein Interview mit Chuck Norris alle Daten wiederherzustellen. Chuck Norris hat das A-Team verhaftet. Wie plant die NASA einen Meteoriteneinschlag zu verhindern? Sie wird Chuck Norris mit einem Baseballschläger ausstatten. Chuck Norris gewinnt einen 1000 Meter Lauf schon nach 800 Metern. Warum dauert es bei einem Gewitter nach dem Blitz so lange, bis der Donner kommt? Weil Thor erst bei Chuck Norris um Erlaubnis fragen muss. Chuck Norris hat mit Jesus nach dem letzten Abendmahl noch gefrühstückt. Andere Leute gehen in ein Sonnenstudio. Chuck Norris hat ein Ferienhaus auf der Sonne. Chuck Norris stirbt nach der Hoffnung. Es gibt zwei Hände beim Poker, die einen Royal Flush schlagen können. Die linke und die rechte Hand von Chuck Norris. Wenn Chuck Norris mit dem Feuer spielt, verliert das Feuer. Wenn Chuck Norris seine Handyrechnung nicht bezahlt, bekommt sein Netzanbieter einen Schufa-Eintrag. Chuck Norris bekommt Ente süß-sauer sogar im Dönerladen. Chuck Norris hat den alten Holzmichel umgebracht. Chuck Norris kann einen Liter Wasser in drei Sekunden einfrieren, mit einem Bunsenbrenner. Chuck Norris kann Funkuhren verstellen. Sogar Chuck Norris wird zum jüngsten Gericht erscheinen, als Richter. Chuck Norris kennt keinen Schmerz, aber der Schmerz kennt Chuck Norris. Chuck Norris hat World of Warcraft zu Ende gespielt. Chuck Norris hat als Abinote eine 0,9. Chuck Norris kann mit einem Vogel zwei Steine töten. Es gibt keinen Wind, es gibt nur Luft, die vor Chuck Norris flieht. Chuck Norris kann zwei Parallelen zeichnen, die sich schneiden. Es gibt nur ein Wort, bei dem auch die Chinesen das R richtig aussprechen. Chuck Norris. Chuck Norris kann ein Messer mit einem Brot schneiden. Chuck Norris kann mit zwei Würfeln eine Eins würfeln. Doch das tut er nicht. Er wirft lieber einen Siebener Pasch. Christen schauen Bibel TV. Gott schaut Walker, Texas Ranger. Wenn die Ghostbusters Angst haben, rufen sie Chuck Norris an. Das tote Meer ist gestorben, als Chuck Norris in Seestach. Chuck Norris bekommt auch bei McDonald's einen Döner mit Scharf. Chuck Norris geht grundsätzlich mit Föhn in die Badewanne. Nicht die Schweizer haben's erfunden, sondern Chuck Norris. Chuck Norris hat wirklich einen Clown gefrühstückt. Chuck Norris braucht für einen Drei-Tage-Bad nur 24 Stunden. Neulich beim Gemüsehacken hat sich das Messer an Chuck Norris geschnitten. Wenn Chuck Norris geometrische Zeichnungen anfertigt, zeichnet er die Geraden immer bis zu ihrem Ende. Für Chuck Norris sind die Angaben beim Lotto mit Gewehr. Chuck Norris kann sogar SpongeBob die Knochen brechen. Vor vielen Jahren hat Chuck Norris der Antarktis einen Roundhouse-Kick verpasst. Sie braucht heute noch Eis zum Kühlen. Chuck Norris versendet auch Pakete per E-Mail. Chuck Norris muss zum Lachen nicht in den Keller gehen. Der Keller kommt zu ihm hoch. Wenn Chuck Norris niest, fällt in China ein Sack Reis um. Wenn Chuck Norris deine Meinung wissen will, dann prügelt er sie dir ein. Wäre Chuck Norris der erste Mann gewesen, wären die Menschen noch im Paradies, denn niemand wirft Chuck Norris raus. Chuck Norris hat Tetris durchgespielt. Bevor Chuck Norris mit dem Essen beginnt, dankt Gott Chuck Norris im Tischgebet. Chuck Norris haftet nicht für seine Kinder. Chuck Norris verkleidet sich an Fasching als Chuck Norris. Chuck Norris kann nicht telefonieren. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist sofort die Leitung tot. Chuck Norris ejakuliert fertige Babys, mit Bärten. Chuck Norris ist nicht schneller als das Licht. Das Licht hat nur Angst, ihn zu überholen. Chuck Norris fährt mit dem Auto Luftlinie. Immer. Egal, welche Schlange Chuck Norris im Supermarkt nimmt, sie ist immer die Schnellere. Chuck Norris kommt auch ohne WC-Ente bis unter den Rand. Chuck Norris kann Browser-Cookies essen.